Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Euromax Leben und Kultur in Europa. Diese Woche mit einem Reisespezial, denn es ist Ferienzeit. Heute geht es bei uns hoch hinaus und das kann vieles bedeuten. Hier sind unsere Themen. Der Schweizer Kanton Tessin, ganz im Süden des Landes, ist bekannt für seine wunderschöne Bergwelt, die Seenlandschaft und das italienische Flair. Schließlich ist die italienische Grenze nicht weit weg. Wer dort seine Ferien verbringt, kann aber noch ein weiteres Highlight erleben. Denn der Schweizer Star-Architekt Mario Botta stammt ebenfalls aus der Gegend. Er hat für den Gipfel des Monte Generoso ein Bergrestaurant mit Weitblick entworfen. Im Frühjahr 2017 wurde es eröffnet. Auf den Eiffelturm kann man auch zu Fuß hinauf, wenn man möchte. Seit 1889 schon prägt er das Stadtbild von Paris und gilt inzwischen sogar als Wahrzeichen von ganz Frankreich. Jedes Jahr kommen rund 7 Millionen Touristen. Kein Wunder, denn einen besseren Blick auf die Stadt hat man nirgendwo sonst in Paris. In den kommenden Jahren soll der Eiffelturm für rund 300 Millionen Euro renoviert und modernisiert werden, damit die vielen Besucher aus aller Welt noch lange was von ihm haben. Und wenn wir schon nach oben gucken, dann lohnt sich auch der Blick noch ein bisschen weiter hoch zu den Sternen. In den großen Städten ist es allerdings inzwischen oft zu hell, um wirklich viele Sterne sehen zu können. Deshalb gibt es besonders geschützte Gebiete mit sehr dunklem Nachthimmel, die sogenannten Dark Sky Parks. Der Northumberland Nationalpark ist so einer. Er liegt direkt an der Grenze von England zu Schottland. Der Brite Gary Files hat sich dort eine eigene Sternwarte gebaut. Er lädt regelmäßig Besucher ein, damit sie die Faszination des Sternenhimmels selbst erleben können. Hoch hinaus ist ja unser Motto heute. Und als normaler Mensch kommt man mit nichts höher als mit dem Flugzeug. Und ganz nebenbei geht das auch noch schneller als mit dem Auto oder dem Zug. Mit Fahrzentralen sind ja inzwischen ein beliebtes Konzept, um günstig von A nach B zu kommen. Wir stellen Ihnen heute eine Mit-Flug-Zentrale vor, die auch für Passagiere mit eher schmalem Geldbeutel eine abwechslungsreiche Alternative zur Straße bieten möchte. Absolut nicht alltäglich ist auch die Übernachtungsmöglichkeit, die wir jetzt in Amsterdam in den Niederlanden besuchen. Denn es geht ebenfalls in luftige Höhe. Wer in seinen Ferien etwas Außergewöhnliches erleben möchte, der ist im höchsten Kranhotel der Welt genau richtig. Drei Suiten stehen zur Auswahl und selbst auf einen Whirlpool muss man nicht verzichten. Nur schwindelfrei sollte man besser sein. Ja, das ist wirklich mal ganz was anderes. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuschauen heute und vergessen nicht, die nächste Ausgabe von Euromarx morgen einzuschalten. Dann geht es weiter mit unserem Reisespezial. Dann zeigen wir Ihnen Ferien mit Erlebnisfaktor. Lassen Sie sich überraschen, eine kleine Vorschau haben wir gleich für Sie. Bis dahin finden Sie uns online unter www.dw.com-lebensart. Blättern Sie sich ruhig mal durch unsere Internetseiten durch. Oder Sie schauen einfach mal auf Facebook vorbei. Auch da gibt es regelmäßig Neues aus der Welt von Euromarx. Tschüss, bis morgen.